Ich zeige dir heute die vier wichtigsten Werkzeuge für Audiobearbeitung in Logic Pro X und wir starten genau jetzt. Was ich an Logic mag, ist, dass du sehr effektiv und sehr schnell darin arbeiten kannst und dass du wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, Logic individuell, was Shortcuts betrifft oder einzelne Befehle betrifft, einstellen kannst auf deine Bedürfnisse. Und heute möchte ich dir die vier wichtigsten Werkzeuge zur Audiobearbeitung in Logic Pro X zeigen und wie du sie so einstellst, dass du optimal damit arbeiten kannst. Los geht's mit Werkzeug Nummer 1 und das ist das bekannteste von allen, das ist das Zeigerwerkzeug hier oben. Ganz kurz nochmal so ein paar prinzipielle Sachen. Was du hier siehst, hier oben in dieser Leiste sind die zwei Werkzeuge, die im Moment eingerichtet sind. Das heißt, ich habe hier das Zeigerwerkzeug und wenn ich hier auf ein Werkzeug klicke, habe ich hier eine Auswahlliste mit vielen verschiedenen anderen Werkzeugen auch noch, die sind Logic gibt. Und das hier ist mein Command-Klick-Werkzeug. Das heißt, wenn ich also hier auf Command-Klick mache oder hier Command einschalte, dann habe ich in diesem Fall hier mein Textwerkzeug und könnte jetzt hier irgendeinen Text reinschreiben, wenn ich wollte. Also wir haben hier oben zunächst mal zwei Werkzeuge direkt zur Auswahl. Dieses hier, das direkt jetzt aktiv ist und dieses hier, wenn ich auf Command-Klick, das wäre in diesem Fall das Text-Tool. Gehen wir jetzt also zu diesem Werkzeug, das heißt in Logic das Zeigerwerkzeug für linken Mausklick. Wenn du von Cubase oder Pro Tools kommst, da heißt es glaube ich Grabber-Werkzeug oder Greifer-Werkzeug. Und das ist auch das, was du hauptsächlich benutzt. Also ich kann hier Regionen verschieben und kann die in die Richtung schieben, wie ich möchte. Ich kann sie auch kopieren und so weiter. Das ist eigentlich dein Hauptwerkzeug, wenn du irgendwelche Regionen oder irgendwelches Zeugs bewegen möchtest oder irgendwo draufklicken musst, hier in Logic selbst. Das Coole an diesen Werkzeugen in Logic ist, dass sie viele Sekundärfunktionen haben. Das heißt, ein Logic-Werkzeug erfüllt mehrere Befehle. Zum Beispiel kann ich jetzt hier, wenn ich hier oben an diese Region hier hingehe, dann siehst du, dass sich dieses Werkzeug ändert und jetzt zu einem Loop-Werkzeug geworden ist. Also wenn ich hier an die Region rechts oben gehe, dann habe ich hier ein Loop-Werkzeug und kann diese Region hier jetzt loopen. Du musst allerdings bei dieser Funktion im Kopf behalten, dass dieses jetzt nur eine Kopie ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne was verändern würde, würde sich das hier hinten auch verändern. Das ist also nur ein Loop, sondern keine richtige Kopie. Wenn du eine richtige Kopie machen möchtest, geht das natürlich auch. Dazu klickst du einfach die Region an, die du kopieren möchtest. Dann drückst du Command-C, gehst mit deinem Cursor hier hin, wo du es hin kopieren möchtest, anschließend Command-V und jetzt hast du diese Region hier kopiert. Und das ist jetzt eine richtige Kopie. Es gibt noch eine einfachere Möglichkeit, das zu machen und das ist über die Alt-Taste. Wenn ich also jetzt hier diese Region hier kopieren will, an irgendeine Stelle drücke ich einfach die Alt-Taste, gehe mit dem Zeiger-Werkzeug auf die Region und dann siehst du hier schon dieses Plus-Zeichen. Jetzt kann ich das hier rüberziehen und habe eine aktuelle, eine richtige Kopie davon. Und wenn wir schon bei der Alt-Taste sind, dann zeige ich dir auch noch gleich einen Trick damit. Und zwar, wenn du hier rechts unten hingehst an diese Region, dann kannst du normalerweise, muss ich mal ein bisschen reinzoomen, kannst du normalerweise hier einfach diese Region hier länger ziehen. Was du machen kannst, wenn du die Alt-Taste dabei gedrückt hältst, ich drücke jetzt die Alt-Taste, dann verändert sich dieses Symbol hier in ein Stretch-Symbol. Und das heißt, ich kann diese Region hier, ich ziehe mal ganz auf, kann ich stretchen, Time-Stretchen. Und das wissen viele gar nicht. Ich gehe also hier unten wieder hin, muss ich mal vergrößern, hier drücke die Alt-Taste und jetzt kann ich diese Region komplett in die Länge ziehen. Das komplette Audio-Material kann ich jetzt Time-Stretchen. Allerdings musst du aufpassen, du kannst hier keine großen Schritte machen. Wenn du wirklich lange, wenn du wirklich Regionen massiv stretchen möchtest, dann solltest du Flex-Time verwenden. Aber wenn eine Region jetzt irgendwie nicht ganz genau ins Raster passt und du brauchst das, dann kannst du hier so ein paar Millisekunden stretchen, ohne dass du irgendwie Flex-Time anwenden musst. Das ist auch ein recht cooler Kniff. Jetzt habe ich viel über Sekundärfunktionen gesprochen und davon gibt es auch noch viel mehr. Und wie du die einstellen kannst, zeige ich dir jetzt. Du kannst hier oben zum einen mal in die Einstellungen gehen und dann gehst du auf Allgemein und dann gehen wir hier auf Bearbeitung. Das ist der zweite Reiter hier. Was wir jetzt hier für Möglichkeiten haben, ist im Moment öffnet die rechte Maustaste. Wenn ich hier drauf klicke, die öffnet mein Werkzeugmenü. Das ist ganz geschickt, wenn du es haben möchtest. Du hast aber auch die Möglichkeit, dir hier noch ein drittes Werkzeug anzulegen und das heißt, hier kann einem Werkzeug zugewiesen werden. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, zack, dann erscheint hier oben noch ein drittes Werkzeug und das ist für die Rechtsklickmaustaste. Das heißt, in diesem Fall hätte ich jetzt hier bei normalem Klick mein Zeigerwerkzeug, bei Command-Klick mein Textwerkzeug und wenn ich einen Rechtsklick mache, dann habe ich mein Scherenwerkzeug drauf. Das ist auch sehr geschickt zum ultraschnellen Arbeiten. Das musst du dir aber so einrichten, wie du es gerne möchtest. Was auch noch interessant ist, ist hier Zeigerwerkzeug im Spurbereich bietet und jetzt aktivieren wir hier Klickzonen für Fade-Werkzeug und wir aktivieren Klickzonen für Marquee-Werkzeug. Klickzonen sind auch etwas, was sehr tricky ist in Logic. Ich weiß nicht, ob es andere DAWs auch haben, ist mir auch egal. Ich finde das sehr, sehr tricky hier in Logic und zwar kannst du hier jetzt Klickzonen festlegen. Das bedeutet, wenn ich meine Maus über einen bestimmten Bereich in der Region ziehe, verändert sich dieses Werkzeug nochmal automatisch und ich habe noch mehr Sekundärfunktionen. Ich habe jetzt hier oben im oberen Bereich, bin ich jetzt von der Region und wenn ich jetzt hier runterfahre, zack, dann siehst du, dass sich mein Werkzeug verändert, ohne dass ich jetzt was gemacht habe. Also im oberen Bereich habe ich hier das Zeigerwerkzeug. Wenn ich die Maus jetzt nach unten bewege, habe ich hier mein Marquee-Werkzeug, auf das ich gleich noch näher eingehe und ich habe auch noch diese Klickzonen hier für das Fade-Werkzeug festgelegt, was auch sehr gut ist, denn jetzt kann ich hier, wenn ich hier oben hingehe, habe ich jetzt zum einen mein Loop-Werkzeug. Wenn ich jetzt aber ein bisschen mehr reinzoome, dann siehst du, dass ich hier auch noch, wenn ich hier mit der Maus ganz nach oben hingehe, ein anderes Werkzeug habe und das ist das Fade-Werkzeug. Also das Loop-Werkzeug ist jetzt hier ein bisschen nach unten gerutscht. Hier könnte ich immer noch loopen. Hier ganz unten habe ich mein Marquee-Werkzeug und hier oben in dieser Zone habe ich mein Fade-Werkzeug. Und das heißt, ich kann jetzt hier Fades einzeichnen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Das heißt, ich habe jetzt vier oder fünf verschiedene Werkzeuge auf dieser Maustaste, die ich verändern kann, nur indem ich einen bestimmten Bereich in der Klickzone hier gehe oder in der Region hier gehe. Wenn du jetzt hier Shift und Control gedrückt hältst, dann kannst du diese Kurve hier auch nach Belieben formen und einfach größer oder kleiner ziehen. Das ist schon mal jetzt ein riesiger Arbeitsbereich, den du hier abdecken kannst über dieses Klick-Werkzeug. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten. Und das ist das eben schon angesprochene Marquee-Werkzeug, eines meiner absoluten Lieblingswerkzeuge in Logic. Du hast hier also jetzt gesehen, wir haben hier die Klickzone eingestellt und ich kann jetzt hier unten praktisch, wenn ich in den unteren Bereich der Region mich befinde, kann ich das Marquee-Werkzeug anwenden. Das Marquee-Werkzeug ist mehr oder weniger ein Auswahlwerkzeug und ist sehr nützlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bestimmte Bereiche löschen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das löschen möchte, dann habe ich das markiert und drücke einfach auf Löschen und dann ist dieser Bereich weg. Wenn ich was lupen möchte, das ist auch sehr geschickt, dann kann ich das hier einfach markieren, gehe hier oben in mein Zeigerwerkzeug und kann die Region dann hier direkt rausziehen. Das heißt, ich habe sie jetzt nicht kopiert, aber rausgezogen und das geht auch ultra schnell. Wenn ich hier übrigens zurückgehe, die Arbeitsschritte zurückmache, drücke ich immer Command-Z. Wenn ich hier was anderes nochmal markiere, kann ich zum Beispiel auch diesen Bereich hier schnell stumm schalten. Und alles, was ich jetzt hier mache, geht natürlich auch für MIDI-Regionen. Du musst dann bei MIDI-Regionen nur aufpassen, dass du sie so quantisiert hast, dass sie auch immer am Notenanfang sind hier, beziehungsweise am Taktanfang. Übrigens, wenn dir das Video bisher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und damit kommen wir zum nächsten Werkzeug, das auch sehr wichtig ist. Und das ist das Scherenwerkzeug, das ich auch sehr oft verwende. Mit dem Scherenwerkzeug kannst du Regionen teilen an bestimmten Stellen. Und was gut ist, wenn du jetzt mit dem Scherenwerkzeug rumhantierst, ist, wenn du einrastest auf die Art und Weise oder auf die Werte, an denen du schneiden willst. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier mal auf Takt oder ich bin hier schon auf Takt und ich kann jetzt hier mit der Schere zwar schneiden, das geht jetzt über Rechtsklick, das habe ich mir ja hier angelegt. Und, achso, das sind jetzt hier zum Beispiel MIDI-Regionen, da warnt er mich jetzt, weil die nicht quantisiert sind, machen wir es mal lieber hier. Also ich kann jetzt hier schneiden, über Rechtsklick mit der Schere, aber wenn ich jetzt mal näher reinzoome, siehst du, weil ich hier bei Einrasten auf Takt gegangen bin, dass ich nicht innerhalb eines Taktes schneiden kann. Das macht er nicht, sondern er rutscht dann zum Nächsten, das ist so eine Sicherheitsfunktion. Ich gehe jetzt hier wieder in die Mitte zwischen Takt 6 und 7, das verweigert er und schneidet bei Takt 6. Also eine gute Sicherheitsfunktion in Verbindung mit dem Scherenwerkzeug ist, wenn du hier bei Einrasten Takt eingibst oder eben wie weit du schneiden möchtest. Ich gebe jetzt mal Beat ein und zeige dir noch einen coolen Trick mit dem Scherenwerkzeug, der auch sehr effizient und sehr effektiv ist, wenn du eine Region in mehrere gleichmäßige Teile schneiden möchtest. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier diese Region mit meinen Drums und ich möchte die jetzt in gleichmäßige Stücke schneiden. Nehmen wir mal gleichmäßige Stücke, ist jetzt egal. Wenn ich jetzt hier schneiden möchte und ich möchte, dass alle Teile, Schnitt und Schnitt und ich möchte, dass alle Parts dieser Region jetzt gleich lang sind, also zwei Takte. Dann kann ich hier mit dem Scherenwerkzeug drauf, wenn ich jetzt vorher die Alltaste gedrückt halte, dann hast du diese Region hier jetzt in lauter gleichmäßige Abschnitte geteilt. Es ist sehr gut für Looper-CD-Musik, für IDM-Musik, für Sachen, wo du sehr, sehr kurze Parts hast und sehr viel mit so Region-Blöcken arbeitest. Da kann dieser Tipp sehr wertvoll für dich sein. Viele weitere Tipps, wie du schneller in Logic arbeiten kannst, findest du übrigens in meiner Logic-Workflow-Checkliste. Die kannst du dir runterladen, habe ich unten im ersten Kommentar verlinkt. Die Audio-Werkzeuge optimal einzurichten ist natürlich jetzt ein Weg, um auf Logic Pro X schneller und effizienter zu arbeiten. Es gibt aber auch noch viele andere Tricks in anderen Bereichen und die habe ich dir in diesem Video hier mal erklärt. Also, wenn du dich dafür interessierst, wie du effizient in dein Logic arbeitest, dann schau dir auf jeden Fall auch nochmal dieses Video an. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder wenn du den Kanal abonnierst. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!